Textbuch, Kapitel 12, Der Lehrplan des Heiligen Geistes Nummer 7, Nach innen schauen, Teil 1, Seite 229 bis 231 Wunder zeigen auf, dass das Lernen unter der richtigen Führung stattgefunden hat. Denn Lernen ist unsichtbar und das Gelernte ist nur an den Ergebnissen erkennbar. Seine Verallgemeinerung wird dadurch aufgezeigt, dass du es in immer mehr Situationen anwendest. Du begreifst, dass du gelernt hast, dass es keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern gibt, wenn du sie in jeder Situation anwendest. Es gibt keine Situation, auf die Wunder sich nicht anwenden lassen. Und indem du sie auf alle Situationen anwendest, gewinnst du die wirkliche Welt. Denn in dieser heiligen Wahrnehmung wirst du ganz gemacht. Und wenn du die Sühne für dich annimmst, strahlt sie auf jeden aus, den der Heilige Geist dir sendet, damit du ihn segnest. In jedem Kind Gottes liegt sein Segen. Und in dem Segen, den du Gottes Kindern schenkst, liegt sein Segen für dich. Jeder in der Welt muss seine Rolle in ihrer Erlösung spielen, um zu begreifen, dass die Welt erlöst ist. Du kannst das Unsichtbare nicht sehen. Doch wenn du seine Wirkung siehst, erkennst du, dass es da sein muss. Indem du wahrnimmst, was es tut, begreifst du sein Sein. Und aus dem, was es tut, lernst du, was es ist. Du kannst deine Stärken nicht sehen. Aber du gewinnst Vertrauen in ihre Existenz, wenn sie dich befähigen, zu handeln. Und die Ergebnisse deiner Handlungen kannst du sehen. Der Heilige Geist ist unsichtbar. Du kannst aber die Ergebnisse seiner Gegenwart sehen. Und durch sie wirst du lernen, dass er da ist. Was er dich zu tun befähigt, ist eindeutig nicht von dieser Welt. Denn Wunder verstoßen gegen jedes Gesetz der Wirklichkeit, wie diese Welt sie beurteilt. Jedes Gesetz von Raum und Zeit, von Größe und von Masse, wird transzendiert. Denn das, wozu der Heilige Geist dich befähigt, geht eindeutig über sie alle hinaus. Indem du seine Ergebnisse wahrnimmst, wirst du verstehen, wo er sein muss. Und schließlich erkennen, was er ist. Du kannst den Heiligen Geist nicht sehen, aber du kannst seine Manifestationen sehen. Und wenn du sie nicht siehst, wirst du nicht merken, dass er da ist. Wunder sind seine Zeugen und sprechen für seine Gegenwart. Was du nicht sehen kannst, wird für dich nur durch die Zeugen, die für es sprechen, wirklich. Denn du kannst dir dessen, was du nicht sehen kannst, bewusst sein. Und es kann überwältigend wirklich für dich werden, wenn seine Gegenwart durch dich manifest wird. Tue das Werk des Heiligen Geistes, denn du hast Teil an seiner Funktion. So wie erschaffen deine Funktion im Himmel ist, so ist deine Funktion auf Erden Heilung. Gott teilt seine Funktion mit dir im Himmel und der Heilige Geist teilt seine Funktion mit dir auf Erden. Solange du glaubst, andere Funktionen zu haben, solange wirst du der Berichtigung bedürfen. Denn dieser Glaube ist die Zerstörung des Friedens, ein Ziel, das in direktem Gegensatz zum Ziel des Heiligen Geistes steht. Du siehst, was du erwartest und du erwartest, was du einlädst. Deine Wahrnehmung ist das Ergebnis deiner Einladung und kommt zu dir, wie du nach ihr gesandt hast. Wessen Manifestation möchtest du sehen? Von wessen Gegenwart möchtest du überzeugt sein? Denn du wirst an das glauben, was du manifestierst. Und so, wie du nach außen schaust, so siehst du nach innen. In deinem Geist gibt es zwei Arten, die Welt anzusehen und deine Wahrnehmung wird die Führung spiegeln, für die du dich entschieden hast. Ich bin die Manifestation des Heiligen Geistes und wenn du mich siehst, so deshalb, weil du ihn eingeladen hast. erinnere dich und er wird dir seine Zeugen senden, wenn du sie nur ansehen willst. Erinnere dich immer daran, dass du das siehst, wonach du suchst. Denn was du suchst, das wirst du finden. Das Ego findet, was es sucht und nur das. Es findet keine Liebe, denn das ist es nicht, wonach es sucht. Suchen und finden sind jedoch dasselbe. Und wenn du nach zwei Zielen suchst, wirst du sie finden, aber keines von beiden erkennen. Du wirst meinen, sie seien dasselbe, weil du sie beide willst. Der Geist strebt immer nach Integration und wenn er gespalten ist und die Spaltung aufrecht erhalten will, so wird er trotzdem glauben, dass er nur ein Ziel hat, indem er es als eins erscheinen lässt. Ich sagte schon, dass es bei dir liegt, was du projizierst oder ausdehnst. Aber du musst entweder das eine oder das andere tun, denn das ist ein Gesetz des Geistes und du musst nach innen schauen, bevor du nach außen schaust. Während du nach innen schaust, wählst du den Führer für dein Sehen und dann schaust du nach außen und siehst seine Zeugen. deshalb findest du, was du suchst. Was du in dir selber willst, das wirst du manifest machen und du wirst es von der Welt akzeptieren, weil du es dadurch in sie hineingelegt hast, dass du es wolltest. Wenn du denkst, du würdest etwas projizieren, was du nicht willst, liegt es trotz allem daran, dass du es doch willst. Das führt geradewegs zur Dissoziation, denn es stellt das Akzeptieren zweier Ziele dar, von denen jedes an einem anderen Ort wahrgenommen wird und die getrennt sind voneinander, weil du sie verschieden gemacht hast. Dann zieht der Geist eine gespaltene Welt außerhalb von sich, aber nicht in sich. Das gibt ihm die Illusion der Einheit und ermöglicht ihm zu glauben, dass er nur ein einziges Ziel verfolgt. Doch solange du die Welt als gespalten wahrnimmst, bist du nicht geheilt. Denn geheilt sein heißt, ein einziges Ziel zu verfolgen, weil du nur eines akzeptiert hast und und nur eines willst. ist. Und das ist nicht ist. Vielen Dank.